moin moin und herzlich willkommen zurück zu the forest so wir müssen jetzt noch eben die paar holzbretter wieder hochduxieren holzbretter baumstämme und eben noch ganz schnell was trinken wir sind durstig und es hatte ja zum glück kürzlich noch geregnet ich hab voll die frame einbrüche habt ihr das gesehen ich weiß nicht ob mir das aussieht aber bei mir das war gerade seht ihr das läuft nicht ganz so flüssig ich weiß nicht was los ist ja muss ich dann zur nächsten aufnahmesession mal schauen dass ich da bisschen was dran mache weil ich habe gerade keine ahnung woran das liegt aber es läuft nicht ganz so flüssig wie vorher pc ist noch relativ kühl also ich habe keine ahnung was jetzt los ist dass das hier nicht so ganz flüssig läuft oder liegt das an dem hier was ich hier gebaut habe denn in den letzten folgen da hinten da hat es ja noch flüssiger gelaufen vielleicht ist das was ich hier gebaut habe dazu zu viel für das spiel so der ist fertig jetzt 46 hierfür mal schauen wie viele federn haben wir jetzt 10 20 30 federn nice ich freue mich wenn das hier auch fertig ist und dann können wir mitten möbeln unten anfangen sobald hier auch die tümer fertig sind ich glaube in diesem let's play werde ich nicht mehr umziehen auch wenn ich vorhabe da hinten der burg zu bauen oder so weiß vielleicht wenn wir die story durch haben schaue ich hier hin und wieder mal rein dann kommen dann unregelmäßig folgen von der forest weiß ich nicht oder ich mache nach der story noch ein bisschen weiter so ein paar sachen die ich noch vor hatte weiß ich nicht kommt auch wiederum auf euch an wenn ihr das auch so haben wollt dann würde ich auf jeden fall noch ein paar folgen so von der forest aufnehmen so hin und wieder mal wenn ich bock drauf habe aber im grunde fehlt uns nur noch das schneegebiet und halt die letzte höhle und ich weiß nicht was sonst noch fehlt ah ja halt auch noch die pistolenteile und pistolenteilen haben wir jetzt insgesamt 1 2 3 4 5 stück und 8 also fehlen uns noch insgesamt 1 2 3 4 5 6 7 8 ja genau 8 also drei stück fehlen uns noch die wir noch irgendwo finden müssen wir haben ja noch im inventar die seine kicker hat müssen wir auch noch herausfinden wofür die es das boot ist sie auf jeden fall nicht also das hier karte kann zum öffnen von türen benutzt werden und ich habe keine ahnung für welche tür die ist auf jeden fall nicht vom boot das da hinten das hatten wir ja schon versucht oder wer weiß vielleicht gibt es sogar mehrere und dann einen der höhlen vielleicht im schneegebiet der höhle gibt es dann noch eine die extra für das boot ist komm so dann ist das hier auch schon mal voll so ich setze mich einmal bequemer hin und dann bauen wir das hier nochmal weiter auf da obwohl ich schon wirklich interesse hätte so eine kleine stadt irgendwo hier zu bauen weil wir ja so noch einiges haben was man bauen kann was wir noch nicht ausprobiert haben noch nicht gezeigt hatten dann hätten wir das dann hätten wir das und nochmal wieder runter passt die letzten sieben und 184 fehlen noch nice so 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 und so ja wisst ihr was ich aber noch am überlegen bin da so eine Art Dach von dem auf den da rüber zu bauen da bräuchten wir dann eventuell paar so Stelzen will ich aber machen wahrscheinlich eher erst wenn ich hier die die Dinger auch schon fertig habe gebaut unser letzter Baumstamm und dann schauen wir uns mal an wie das jetzt aus ja hallo in der Grunde kann man jetzt schon hier überall so drauf auch hier hin da zwar noch nicht weil das ist noch gar nicht fertig aber super ich wollte auf dem Dings balanciert die kommen wir nicht im Grunde könnte man von hier so einmal komplett drumherum bis hierhin das dann wieder hin ankommt aber ja hier hätte ich trotzdem gerne irgendwie so einen Übergang einen richtigen Dach schauen eigener Boden eigenes Dach vielleicht kann man hier gar nicht machen eigenen Boden kann man hier ein Pavillon hinbauen stellen okay warte ich will nur mal gucken wenn ich den jetzt oder wenn ich den jetzt da oben drauf packe so hier hin ist dann da drinnen ja hier drin sind dann diese Stelzen die will ich nicht ja cool wäre das wenn ich das dann einfach hallo so hier drauf hätte aber was wir hier machen könnten ist äh Pils oder ich glaube einmal so drumherum dann machen wir hier das weg und hier das weg was dann hier einmal so drumherum geht äh Tiki hier weg hier weg genau dann machen wir dasselbe hier auch nochmal ja dann hier nein scheiße mache ich auch einmal komplett weg und nochmal die eigene Wand nein hier Fenster 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 hier Tür ist es auf der richtigen Seite auf der richtigen Seite ja Fenster 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 und hier auf Tür auch auf der richtigen Seite ok ja ganz vorsichtig dann wollen wir hier auch nochmal den Stockzaun hier ganz vorsichtig nicht dass ich jetzt aus aus Versehen das falsche hier weg mache da ebenfalls ganz vorsichtig und hier komme ich rein stöcke 291 was jetzt schon Alter hier ist schon mal gut dann muss hier noch weg und hier und da vorne genau stop stop weg 363 Stöcke ach du Scheiße was habe ich hier jetzt verbockt und hier den Stockzaun weg und hier auch hier sieht es nach gar kein Stockzaun aus ähm warum hat der jetzt gar keine Tür also Tür schon aber nicht diese Art von Tür die ich gerne haben möchte und hier noch einmal auch stopp weg und hier auch weg und dann nur noch dort mhm ja 637 Stöcke brauchen wir hierfür oh mein Gott das tue ich mich hier an oh Errungenschaft freigeschaltet Green Thumb nice ich hoffe da hier wächst jetzt auch was so dann gehen wir noch mal runter dann würde ich sagen wir machen jetzt gleich auch noch einmal also wir versuchen gleich noch einmal hier die äh die Wildschweine zu finden haben wir noch was ne Fleisch haben wir nicht mehr auf Tasche wir haben wieder so viele Snacks vier Stück nice woher kommen die Fleischvorrat müssen wir auch wieder auffüllen haben wir da noch irgendwie was an Fleisch sonst noch klingt hier gar nichts letztes Stück Fleisch ja müssen wir auch wieder aufstocken ah wir haben hier aber noch jede Menge Stöcke so hallo können wir zum Beispiel hier nochmal anfangen zumindest den Bereich hier oder warte mal eigene Band nein ich will diese nee machen wir das mal so nein bisschen anders so genau und dann machen wir hier dasselbe auch nochmal so dann machen wir hier auch noch einmal so eine Stelze genau und dann würde ich sagen hier irgendwo ob hier wird es am meisten Sinn machen genau hier dann könnte man von den beiden auch darüber so verbinden nee falsche Tassen drücke ich jetzt und dann sobald wir noch ein paar Baumstimme haben machen wir das auch noch zu und dann ist das eins mit denen das heißt wir müssen noch jede Menge Stöcker auch nochmal sammeln das ist ein Spaß Steine haben wir aber auch ohne Ende drei Stöcker ja nice hallo so obwohl es wird jetzt langsam dunkel das heißt dann wir könnten dann einfach eher rein theoretisch gleich erstmal uns wieder pennen legen ja wir gehen wir gehen schlafen beziehungsweise warte mal genau drei Wildschweine fehlen uns noch bis also Re 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 ein zwei Wildschweine eine drei zwei aber der sieht auch schon mittlerweile nice aus was ich auch am überlegen bin ist aus den Echsenhäuten hier eins zwei drei vier fünf sechs sieben kann man ja eine Tarnrüstung eigentlich bauen so dafür brauchen wir Blätter eins so machen wir so Blätter haben wir auch ohne Ende das ist jetzt letzte yo dann können wir mit dem den hier voll machen so dann fehlen uns nur noch drei so Echsen heute dann wäre der hier auch voll und dann bräuchten wir hier noch eins zwei drei vier fünf sechs sieben weitere Mutantenrüstung hier könnten wir auch schon langsam planen wie wir das hier einrichten und so wohl wir könnten auch noch mal hier paar Lampen hinsetzen wo waren die genau da oder hier ja hier fehlt noch hier irgendwo einer ich würde sagen hier wir setzen den hier mal hin dann hell genug hier eher weniger hell ich bräuchte mich hier auch noch was so drehen wir den nice dann hier auch noch mal ach keine Seile mehr und hier könnten wir auch noch einen hin machen hier wäre auch einer nicht schlecht komm komm so ja fehlen uns zwei Schädel vier Seile hier würde ich sagen können wir ein ganz andermal drum boah ist das voll oben mit den Hammern haben wir da in dem Raum eigentlich nö aber hier denke ich fehlt auch einer hallo so genau hier und dann würde hier auch irgendwie ein paar Stück gut aussehen sagen hier kommt einer hin wieso zwischen würde einer gut hinpassen da passt ah hier würde auch noch einer gut hin nein ja werden wir jede Menge Schädel brauchen wie die Schädelampen hier drin haben wir auch noch keine Lampen ja noch relativ dunkel hier haben wir ja gar keine und wir sind schon wieder durstig was ist denn los egal wir gehen jetzt erstmal pennen wenn wir um Durst und Hunger uns morgen früh kümmern ah der frühe morgen nice dann würde ich sagen können wir auch auf Wildschweinjagd nochmal gehen und hoffen dass wir da jetzt was finden Räte müssen wir auch wieder aufstocken wird das ein Spaß so warte was haben wir verbessert der Stock was können wir daraus machen nicht ähm ja Schneeschuhe haben wir aber immer noch an wir haben auch die Echsenrüsten genau vorne dran bei uns ich würde sagen vielleicht machen wir in der nächsten Folge die Jagd nach dem Wildschwein vielen Dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer Max Deus und ciao ich bin's Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020